Guten Tag und herzlich Willkommen. In diesem Video geht es um die Dichte Teil 3 Feststoffe mit unregelmäßiger Form Du kennst bereits die Videos Dichte 1 und Dichte 2. Nachher kannst Du die Dichte unregelmäßig geformter Körper selber bestimmen. Das Video besteht aus 3 Abschnitten 1 die Dichte 2 Masse und Volumen 3 Wir bestimmen die Dichten von 3 Stoffen 1. Die Dichte Die Dichte Rho wird definiert als Quotient aus M und V aus Masse und Volumen. Wasser hat z.B. eine Dichte von 1 Gramm pro cm³. Bestimmte Metalle haben eine hohe Dichte von etwa 8,9 Gramm pro cm³ und Silber ist umgangssprachlich noch schwerer. 10,5 Gramm pro cm³. Den kompletten Film und viele weitere findest Du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären Dir, was Du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen Dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen Dir im täglichen Live-Chat sofort bei Deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei Deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir Dir, Deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Probiere bewegen それでは, нар番組 Wissen nach Magic